Twinkle, twinkle little star, how I wonder what you are. Aha. Oh, von hier oben kamen noch diese Geräusche. Ja. Diese Geräusche. Okay. Pass, 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 pass. Seht ihr auch immer. Okay, wir können ja... Was, wo, was, wo? Da unten. Müssen wir hier rein? Warte mal, warte mal. Hier, hier drüben. Hier drüben, dort. Hier, da konnten wir doch rein in den Ziererl. Ja, guck mal, guck mal, dort drüben. Dort ist eine Toolbox für dich, glaube ich. Ist hier nichts. Echt nicht? Und dann habe ich die aufgenommen, den Z-Tip von Spider. Okay, ab geht's. Yuppie. Oh, Mann. Wupp. Oh, Muni voll? Echt? Verdäglich. Muni voll, krass. Oh. Das ist ein einziges hin und her gefahren. Oh, Moment, Moment. Wo kommen die denn raus? Hier oben. Da sind die Lüftungsschächte. Wupp. Nee. Diesmal? Diesmal nicht. Da ist nichts, ne? Ne. Oh, wir müssen noch weiter hoch. Ich habe nichts gemacht. Ne, ich auch nicht. Ich habe nicht mal die Tür gedrückt. Der Plumsack geht rum. Dreht euch nicht rum. Wer sich umdreht oder lacht, kriegt den Buckel voll gemacht. Ha, 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 ha. Uh, der Buckel. Okay. Wo müssen wir lang? Hier runter nehme ich an. Ja. Ich gehe mal die Treppe runter, die Leiter. Hier ist nur was kaputt gegangen. Ich gehe hier die Leiter runter. Biedenbeschleuniger. Ja. Hier sind nur Kisten. Kommt zu dir. Ich habe die hochgeschossen. Ach cool, du bist ja ein Dieber. Zwei Kisten? Ja. Egal. Zwei waren es. Da links ist das Ding kaputt gegangen. Hinter dir. Aber da kam nichts raus. Okay. Okay. Nussknacker? Hm. Oh, hinten. Sag. Ah. Wo ist dieses Vieh? Das war doch so ein Exklusionsvieh. Oh, fuck. Noch eins. Noch eins. Vorsicht. Wo? Erschieß es. Ganz ruhig, ganz ruhig. Na, nicht da drauf, Alter. Basti, du hattest alle Zeit der Welt. Okay. Alles gut. Da hattest du alle Zeit der Welt und schießt genau auf den Sack. Na, da kam ja noch was. Anderes. Das wusste ich. Das habe ich nicht. Okay. Dann lass weitergehen. Ich höre was. Hm. Diesen Marker. Also auch wieder so ein Mini-Marker. Obwohl. Au. Shit. Ich habe den Marker angehauen und jetzt bin ich wieder in dieser surrealen Welt. Okay. Oh, ich hasse das. Ich hasse das. Diese Scheiße. Komm, fick dich. Schlampe. Ich habe gerade massive Frame-Drops. Shit, shit, shit. Ich werde sie auseinandergenommen. Drück Kuh ansonsten. Ja. Ich glaube, ich soll hier sterben oder sowas. Ich weiß es nicht. Ich sterbe. Ja, ich sterbe. Aber es ist nicht so vorgesehen. Nee. Ich weiß nicht. Festplatte voll oder was? Nee. Nee. Okay. Das ist keine Ahnung, was das ist. Wuhu. Okay. Warte kurz. Oh. Okay. Ich bin wieder in der Welt. Ja. Kackraben. Kannst du irgendwas machen? Wie irgendwas machen? Ich kann nur hier die Dinger töten. Ach, da kommen wieder Dinger. Sehr schön. Ja. Ja, jetzt sagt mir das Spiel schon. Mach uns vollkommen. Was ist das denn für eine... Ach, hier. Nee, doch nicht. Shit. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Vielleicht muss ich die Viecher alle töten. Ich weiß es nicht. Aber da kommen immer mehr. Da kommt immer, immer mehr. Kann ich hier irgendwas machen? Nee, hier ist nur ein... Nee, den Marker kaputtauen geht nicht. Müllaufzug. Shit. Tot. Mann, du hast hier aber auch keine Info, was du machen sollst. Er sagt dir nur, mach uns vollkommen, mach uns vollkommen. Was ist das denn für eine Kacke? Warte mal, warte mal. Bleib mal stehen. Gehen wir mal nicht weiter. Ja. Das wird ja sicherlich durch dich ausgelöst. Behaupte ich jetzt einfach mal. Nee, aber hier ist auch nichts. Den Marker werde ich ja sicherlich auch nicht zerschießen können. Ich weiß es nicht. Hier ist halt ein Lager, aber es bringt uns halt nichts. Ja. Oh, geht los. Ich habe keine Ahnung, ob du was machen kannst. Okay, ich muss wahrscheinlich wirklich alle töten hier. Okay. Also, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich werde erst heimkennen, wenn ich auch den letzten von euch kalt gemacht habe. Von daher... Sagst du? Ja. Okay. Ich habe jetzt auch eine ganz gute Ecke gefunden, wo man mich nur von... Ah, shit. Fuck you. Haha. Boah, die kommen immer in solchen behinderten Wellen, ey. Aber das kann es doch nicht sein, dass ich hier 500 Monster töten muss. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Stase mehr. Boah, ich bin gleich tot. Was hast du nicht mehr? Stase. Ich kann überhaupt nichts machen. Aber ich muss gerade überlegen, was, 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 was. Na, ich bin tot. Ich kann hier nichts... Ich habe keine Ahnung. Ich habe bestimmt 30, 40 von diesen Viechern getötet. Hast du... Warte mal, dann gebe ich dir ein paar Stase-Packs. Ne, ne, jetzt, jetzt sind sie alle wieder da. Das ist jetzt der Stand von davor, soweit ich weiß. Ja. Ja. Ähm, bleib mal hier unten. Nochmal. Ja. Aber ich glaube, ich behaupte einfach mal, hier gibt es nichts, was ich tun muss. Kannst du den Stase, äh, den, den Marker zerstören? Das ist das Problem. Ne, ja, ich habe darauf umgeschossen, ein paar Mal, aber da ist nichts passiert. Okay. Ja, keine Ahnung. Ähm, ab geht's. Ich kann es zwar nochmal gerne versuchen, aber ich wüsste echt nicht. Ne, dann... Geh mal hier. Ja, ne, scheiße. Achso, ich hätte mich woanders entstellen sollen. Ja, weil hier ist immer direkt eine Stelle, wo so ein Vieh runterkommt. Ach, geil. Ja. 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 Fuck, muss nachladen. Und, wie sieht's aus? Nichts weiter, also... Noch bin ich am Leben, aber irgendwie... Ich weiß nicht, ob ich hier so zum Fortschritt komme. Oh, ich wurde getötet. Alter! Ich weiß nicht, wie ich da durchkomme. Ich hab keine Ahnung. Warte, warte, warte. Na, ich geh jetzt mal hier links hin. Knock mich einfach hin, mir wird ja nichts passieren. Super, bot. Das ist zum Kotzen, Alter. Das ist richtig... Ich hab... Ja, geht los. Toll. Hey, Mann. Ich... Keine Ahnung, was ich hier machen muss. Ne, ich werd wieder sterben. Na. Ich zerschieße Familienbilder. Ich zerschieße diese Viecher. Ich... Ich... Ich hau den Marker. Ich hab keine Ahnung. Bleib mir hier, bleib mir hier. Warte mal. Das ist... Hey, ich... Vielleicht ist ein Quest-Blog-Buch irgendwas. Wahrscheinlich sogar. Nee, gar nichts. Da steht nichts, oder was? Nee. Es steht nur, dass wir... dem auf den Grund gehen sollten, sobald wir können. Warte. Boah, dieser Marker, Alter. Keine Ahnung. Ja. Ja. Konntest du bei dir irgendwie... beim letzten Mal einen Marker zerstören irgendwie? Ja, den musste ich... Jippie-jippie-jippie-jippie, Verbindung unterbrochen, dü 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 Jippie-jippie-jippie, Verbindung unterbrochen, dü 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 Nach dem wunderschönen Disconnect schmeißen wir uns jetzt hier wieder rein Und wir wissen immer nicht wirklich wie wir hier weiterkommen Aber wir werden das schon irgendwie hinbekommen, behaupte ich jetzt eng Ich mach den Marker mit nem Pfeil kaputt. Okay. Mist. Okay, achso, mein Sucherbord wartet auf der Bank. Ich geh mal schnell zurück von... Ja, okay. Gut, ich stell mich fix neben den Marker. Genau. Stirb, du Misting. Ich bearbeite ihn schon mal. Aber es passiert nichts. Aber es kommt, äh... Musik. Partner wartet am Schalter? Ne, ich war hier gerade bei diesen Dingen. Wieso kommt er hier denn jetzt nicht? Ich weiß nicht. Sind wir im falschen Raum? Ne, ne, das ist... Ach, jetzt geht's... Oh. Das erschreckt mich. Also, es geht los. Okay. So, na dann. Dann gucken wir mal, was wir hier machen können. Ah, shit. Was kommt nicht bei dir? Bei mir kommt nichts mehr. Warte mal. Ich hab irgendein... Zeichen. Was bedeutet das denn? Alter. Help me. Fuck, fuck, fuck. Heilung. Lauf. Komm schon, Kava. Du kannst laufen. Und nachladen. Super. Ey, Kava. Super, Kava. Was hast du denn für ein Zeichen? Ich hab hier auf dem Boden... ...hab ich so ein... ...so eine Anzeige. Aber ich weiß nicht, was mir die sagen soll. Hm. Und sonst passiert hier einfach mal gar nichts. Okay. Wieso kommen denn jetzt hier keine Aliens mehr? Oh, 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 oh. Au. Ich hab keine Medipacks mehr. Ähm. Ich probier's einfach. Und töte jetzt alle. Okay. Ach so, ich hab ne neue Waffe. Oh. Das hat überhaupt nichts gebracht. Wir müssen das nochmal machen. Okay. Glaube ich jedenfalls. Ja, ich bin hängen geblieben. Ich... Ähm. Fuck. Ich hab hier so ein... ...wie so ein Balken irgendwie, den ich hier unten plötzlich auf dem Boden angezeigt würde. Aber ich weiß nicht, was der soll. Der zeigt in keine Richtung oder so. Der ist einfach nur... Hat der sich gefüllt? Ich meine, der ist immer gleich groß, klein geblieben. Okay. Kannst du mir noch ein Medipack geben? Müsste drin sein, ja. Das wäre wunderschön. Wäre dette. Äh... E. Ach so, hast du das fallen lassen? Gut. Oh, ein riesen Medipack. Alle klar. Hoffentlich nehme ich das nicht zuerst. Das hoffe ich auch. Aber ich glaube, die werden... Die werden... Äh... Auch nur teilweise... Die werden auch nur teilweise verbraucht, soweit ich weiß. Soweit ich das richtig mitbekommen habe. Okay. Soll ich mich da wieder hinstellen, wo ich stand? Ja bitte. Das war ganz... Das war ganz gut. Okay, dann probier ich's nochmal und mach den Marker wieder kaputt. Du blöder Marker. Bring mich doch in deine Dimension, du Miststück. Aber es kommt... Warte mal. Ja. Es kommt dauernd irgendwie so ein komisches Geräusch. Vielleicht muss ich den Marker bei mir auch kaputt machen. Zusammen mit dir. Ich weiß... Bei mir wird in keiner Weise irgendwie angezeigt, dass er kaputt gehen würde. Meine Bolzen landen da drin, als ob es eine ganz normale Wand wäre. Also da passiert überhaupt gar nichts mit dem Ding irgendwie. Apropos, es passiert nichts. Es passiert nichts. Ja, das war ja gerade auch so. So, Achtung und... Missstück. Okay, ich versuche jetzt zu treffen und dann ist alles gut. Na, super. Den ersten schon daneben geschossen. Ach, fuck you. Wie sieht's denn aus? Bei mir ist... Jetzt ist wieder dieser... Dieser Balken da? Dieser Balken da. Aber irgendwie kann ich nicht erkennen, was der tut. Okay. Ob der irgendwie was tut. Sag mal, ob der sich füllt. Der wird jetzt breiter. Jetzt ist er wieder schmaler. Jetzt wird er wieder breiter. Wird er breiter? Ne, der pulsiert irgendwie nur so komisch. Okay. Au. Bei mir kommen jetzt auf jeden Fall hintereinander weg die Aliens wieder. So wie es, glaube ich, eigentlich sein sollte. Okay. Ich laufe hier mal eine Runde rum und hoffe, dass ich auch... ...nicht so oft geschlagen werde. Die kleinen Medi-Packs, die bringen ja mal überhaupt nichts mehr. Oh, fuck. Oh, wow. Viele, 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 viele. Passiert denn irgendwas? Nö. Weil ich töte hier gerade so ziemlich alle. Also... Ich check diesen Balken nicht, wa? Okay. Der wird mir halt die ganze Zeit angezeigt, aber er ändert sich irgendwie nicht. Ja. Wenn du nach unten guckst, in eine bestimmte Richtung, siehst du bei dir da irgendwas? Nö. Du hast keinen Balken, okay? Au. Sieht's bei dir aus? Ja, ganz gut, aber es passiert halt nichts Ich mach hier die ganzen Viecher kaputt Aber es kommen halt immer mehr Tja, ich check's halt auch irgendwie nicht so wirklich Ich lauf mal nochmal weg Das bringt zwar nichts und die Werke hauen, aber Da kommen denn bei dir noch Viecher Ja, die kommen hier immer weiter irgendwie Ich seh dich auf der rechten Seite Aber, äh, also was heißt dich Dein Namenstack Oh, fuck Aber was anderes passiert dir nicht Ich hab absolut keinen Plan, was dieser komische Ball nie soll Ich kann halt auch nirgends wohin Ich kann nicht irgendwie in einen anderen Raum oder sowas Okay Also hier kommen halt immer noch Viecher nach Und auch wenn ich die jetzt so verbuggt habe, dass die nur einzeln um die Ecke kommen Die kommen halt Also dein Namenstack wird mir rechts von mir angezeigt Aber das war nichts, wo du gesagt hast, der Balken wird dicker oder dünner Ich weiß nicht, was das hier soll Ich check's auch nicht Auf jeden Fall krieg ich Midi-Packs Das ist schon mal das Gute Aber ich hab jetzt nicht wirklich, äh Keine Ahnung, ich hab mal in deine Richtung geschossen Aber es wird sicherlich überhaupt nichts gebracht haben Man, ich bin hier in dieser Kack-Welt gefangen, alter Und bei dir kommen immer noch Viecher Ja, die kommen immer weiter Das ist doch nicht Oh, jetzt kommen die bei mir auch aus der anderen Richtung Das ist natürlich Kacke Und wahrscheinlich alle Viecher, die ich hier ein bisschen verbuggt hab Ist ja mal so, ich baller mich hier jetzt gerade einfach leer Aber ich kann ansonsten echt auch nichts machen hier, wa? Okay Naja, das kann ja nicht der Weg sein Dann brauchen wir nochmal was anderes Ich guck, ich guck mich jetzt nochmal ein bisschen feucht-fröhlich hier außen rum Aber hier ist nichts Okay Es sind komische Symbole auf dem Boden Aber ich glaub, die waren vorher auch schon Happy Birthday, Honey Kann er mal hier den Geburtstagskuchen zerstören Oder hier die hässliche Fratze meines Sohnes Oder irgendwas, keine Ahnung Ah, ich bin tot Ich check's nicht Okay Kannst du denn irgendwo hin gehen? Ich check es einfach nicht Ich kann, das ist der Raum hier nur Mehr ist hier nicht Ich kann nur Und wenn du Die Türen sind zu Ja, wenn du nach rechts oder links gehst, wird der Balken nicht dicker? Nö Stehst du am Marker oder wo stehst du? Ich stand eigentlich fast die ganze Zeit da Aber dann bin ich auch hier hochgelatscht und hier runter Okay Aber es passiert nichts Es ändert sich nichts Es ist alles immer das gleiche Versuch mal, dich irgendwie am Marker zu positionieren Keine Ahnung Ich renne einfach zum Marker in der anderen Welt Und dann wird das schon gut laufen Vielleicht holst du mich ja dann wieder in die normale Welt oder sowas Keine Ahnung Alter Schüpp doch mal jetzt So Stehst du am Marker? Ja Okay, ich komme Komm schon, lauf vorbei, du Spaß Okay, ich stehe jetzt am Marker Oh, der Marker geht kaputt Ich glaube, ich kann den Ja Alles klar Der Marker, der wird immer dicker Das habe ich nicht gesehen Der lädt sich quasi auf Sagen wir einfach Fettes Kind Bei McDonalds Und nach dem fünften Happy Meal Boom Okay, alles klar Ich stelle mich mal wieder hier hin Okay, cool Auch genau, da so, genau Ja, jetzt geht es eh nicht anders, ne? So, das dauert jetzt ein bisschen Halte durch, mein Freund Halte durch Alles gut, alles gut Bei mir ist alles safe Alles super Alles erotisch Alles entspannt Ich bin geil Das ist geil Nein, 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 nein Hallo Stürbst du? Ne Laufen, nachladen Sehr gut Weiter geht's Komm schon Komm schon Du mastert Nochmal Jawoll So, jetzt positioniere ich mich wieder Dass die hier rumbacken Und ein bisschen länger brauchen Jawoll, Baby Ich bin wieder zurück Du musst beenden Du musst beenden Was ich begonnen habe Okay Das muss jetzt aufhören, Mann Nicht bevor wir die Marker stoppen Der einzige Grund Warum ich noch lebe Ist der, um meinem Scheißleben einen Sinn zu geben Jungs, ihr verschwinden hier So einfach So einfach kann's gehen, ey Naja, so einfach war das Ganz ehrlich, ich muss sagen Hier Das war nicht so ersichtlich Dass das passiert Also, dass das auch so einfach passiert Twinkle, twinkle, little star How I wonder what you are Up above the world so high Like a diamond in the sky When the blazing sun is gone When the nothing shines up When the nothing shines up As we see ... Vielen Dank.